Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Patricia und heute mit meiner lieben Katharina und ich freue mich schon total drauf. Und ihr seht hinten die Isomatte und könnt euch vielleicht schon denken, was wir vorhaben. Wir haben vor, die Yoga-Challenge zu zweit zu drehen und ja, das wird spannend, weil wir keinen Handstand, kein Rad, gar nicht. Ich glaube, wir sind die rückbeweglichste Person überhaupt und ja, mal schauen, wie es wird. Ja, und die Bilder, also die Yoga-Übungen, die wir machen, blenden wir euch hier unten ein und bauen wir mal an, oder? Ja, bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Erste Übung. Ich bin unten. Ich bin die Frau Katla und hier haben wir die Kronis. Okay, dann haben wir es gehört. Zweite Übung. Oh, ich glaube, die kann ich nicht. Vor allem, wir haben hier verschiedene langen Beine. Okay, wir sind voll gut. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht rausstrecken. Ich kann das nicht rausstrecken. Okay, das war voll gut. All diese Damen und eine der Schwertgebung haben. Schauen Sie, wie geht es? Kopf an Kopf. Wir haben auch Hände. Nein, oh nein. Wirst du träumsen? Hä, wann ist das aber nicht? Wie haben wir das gemacht? Voll gut. Du steckst aus und du klammerst dich vom Boden. Ja, okay, ja, okay. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das auch so. Aber naja, gut. Oh, bitte bis oben. Ich glaube, ich muss nach unten, weil ich wüsste jetzt so. Ich wüsste sich unten. Okay, jetzt wüsst du da mit deinem Rücken hin. Okay. Wir haben es probiert. Ja, wir haben es probiert. Und was muss ich? Du musst das nicht hin und ich annehmen. Oh, ich nehme mich jetzt an. Okay. Oh, das ist so schlimm. Okay. Danke, Maffi. Okay. Kommst du bis vor? Nee. Kommst du am Stehen runter? Ja, ich nicht. Also ich finde, wir haben die Challenge richtig, richtig gut zusammen hinbekommen. Und wenn ihr das genauso findet, dann schreibt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr weitere Challenges oder allgemeine Videos mit uns sehen wollt, dann gibt es die Challenge darüber hoch. Ah, und weißt du, was wir nicht vergessen dürfen? Ah ja, wir haben auch noch eine Challenge auf meinem Kanal gedreht. Und zwar die Food Pong Challenge. Also, falls euch das interessiert, dann klickt es auf mein Gesicht. Oder Sie verlängern es auch noch am Ende des Videos. Und? Und in die Infobox. Ja. Genau. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich fuß euch. Tschüss. 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 Tschüss.